Kratzender Hals, kaltes Wetter und kaum Stimme. Welche Übungen können wir zu Hause machen, um unsere Stimme zu schonen? Genau über dieses Thema werden wir heute mit Frau Prof. Mag. Christe Schreiner sprechen. Herzlich Willkommen. Danke, hallo. Christe Schreiner, Sie sind in der Steiermark geboren. Nach dem Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien haben Sie unglaubliche zwölf Jahre als Sängerin und Schauspielerin in erster Linie in Österreich und Deutschland gearbeitet. Danach folgte ein weiteres Studium an der Universität Mozarteum in Salzburg am ORF-Institut für Elementare Musik und Tanzpädagogik. Und dann arbeiten Sie zusätzlich noch, so wie hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, als Pädagogin für Rhythmik und Musik und Tanzpädagogik. Und dann machen Sie zusätzlich noch zu diesem Ganzen oft eine Aufführung im Musikkabarett-Trio, die Kaktusblüten. Genau. Und wie bereiten Sie sich auf diese Auftritte eigentlich genau stimmlich vor? Bei den Kaktusblüten in diesem Musikkabarett-Trio bin ich ja stimmlich, aber auch an der Perkussion gefordert. Und es ist auch ein stärkerer körperlicher Einsatz. Sprich, ich beginne immer gern mit dem Körper, sozusagen das Instrument wach zu machen. Das sind so ganz elementare Übungen, wie sich wirklich recken und strecken und vor allem gähnen, um den Körper sozusagen aufzuwecken und Muskulatur zu aktivieren. Also sämtliche Resonanzräume sozusagen zu aktivieren. Einerseits Lockerungen zu machen, aber eben auch sie aktiv zu machen. Ja, wenn ich die kurz zeigen soll. Das ist also so ganz elementare Übungen, wie Bombi, oi, 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 oi. Sie wollen mitmachen, sieh ich, genau. Ja, vielfach. Oder ein oi, 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 oi. Genau, ein Vokal mit einem J. Gern auch die Flankenmuskulatur, wie die Sängerinnen und Sänger sagen. Ui, ui, oi, 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 oi. Genau, so den gesamten Tonraum mal durch, wie nenne ich das? Putzen nenne ich es gern. Ja, durch Putzen. Dass der ganze Körper gereinigt wird. Ja, genau. Es ist je nach Konstitution. Die Tagesverfassung ist so elementar. Die ist manchmal wirklich gut und manchmal wirklich nicht gut. Dementsprechend ist es sehr unterschiedlich, wie ich mich vorbereite. Also manchmal reichen tatsächlich zehn Minuten für die Stimme oder so. Und manchmal denkt man sich, okay, nach einer halben Stunde kommst du, bist du jetzt da, sitzt du richtig. Manchmal dauert es länger, muss ich sagen, ja. Okay. Und wenn Sie jetzt auf der Bühne sind, dann ist natürlich die Stimme das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge, worauf Sie achten. Aber wie schaut es aus, wenn Sie mal Zuschauer sind, worauf achten Sie dann bei einer Stimme? Hm. Also prinzipiell habe ich natürlich gerne Stimmen, die sonor und wohlklingend sind. Es kommt aber natürlich aufs Genre drauf an, ob ich mich jetzt in der Oper, sage ich mal, befinde natürlich oder im Musikkabarett. Insgesamt finde ich es immer sehr wichtig, wenn sozusagen ein Sänger oder ein Darsteller auf der Bühne ist, dass die Stimme und die Gestaltung zusammenpassen, dass es authentisch ist, dass es zusammenpasst. Ja, genau. Und wenn Sie jetzt auf der Bühne stehen, wie achten Sie dann auf Ihre Stimme, also auf Ihre eigene Stimme beim Bühnenauftritt? Wie gesagt, im besten Fall schon vorher und sich dann einfach auf die Darstellung einfach wirklich einlassen zu können, nicht mehr unbedingt viel denken zu müssen. Das ist der Idealfall. Das klappt ja nicht immer so. Überhaupt eben, wenn man angeschlagen ist oder vielleicht gestresst sich fühlt durch diverse Umstände oder emotional belastet ist oder eben sich ein bisschen kränklich fühlt oder so. Das sind alles Parameter, die natürlich mitwirken auf die Stimme. Wenn ich also noch viel denken muss, dann denke ich in erster Linie, Stütze, Stütze. Das hilft, um sich nicht wehzutun. Das bedeutet also, dass Ihr Körper auf der Bühne auch eine wichtige Rolle spielt? Ja, natürlich. Für mich ist das sowieso ein Instrument. Ich differenziere jetzt nicht so stark. Körper und Stimme sind für mich schon eins. Was spielt dabei eine wichtige Rolle? Wie viel Einfluss hat die Mimik und die Gestik bei einem Auftritt? Die Körperhaltung. Also alles ist natürlich günstig für die Stimmführung, was eine durchlässige Strömung überhaupt des Atems und der Stimmung dann natürlich der hilfreich ist. Das heißt, alles was ungünstig ist, denke ich jetzt gerade, ist eher, wenn man sowas wie den Hals vorstreckt, also eine aufrechte Haltung, verhilft immer mal einer prinzipiell einer guten Stimmführung, zu einer guten Stimmführung. Ich denke jetzt nicht speziell an Gestik und Mimik, außer wir sind natürlich schon im choreografierten Bereich oder wo es klar sein muss, dass ich bestimmte Gesten halte. Ansonsten sehe ich jetzt Gestik und Mimik eher als zusätzliche Ausdrucksmöglichkeit der Kommunikation natürlich. Wir befinden uns höchstens im Hörspiel oder in der Pantomime, die zwei Gegensätze quasi. Ansonsten geht es einher. Ja, ja. Aber würden Sie auch als Lehrperson sagen, dass Mimik und Gestik eine wichtige Rolle im Unterricht spielen? Ja, ja, natürlich. Das ist ganz hervorragend, auch nur mit nonverbaler Kommunikation zu arbeiten, beziehungsweise sich das überhaupt mal bewusst zu machen, sobald die Stimme ja weg ist, sieht die Welt ja sowieso wieder ganz anders aus. Und dann gilt es, oder wenn ich die Sprache des anderen oder der anderen nicht verstehe, dann gilt es ja sowieso damit eher zu kommunizieren, wenn man sich verstehen will, ja. Gott sei Dank gibt es das. Ich finde es ganz schön, mit arbeiten zu können, ja. Ja, auf jeden Fall mit nonverbaler Kommunikation kann man, glaube ich, sehr viel im Unterricht erreichen. Ja, ja. Ich glaube, ich neige leider eher dazu, meine Stimme zu oft einzusetzen. Ich glaube, da gilt es bei mir auch noch weiter dran zu schrauben und da zu drehen. Ja, wenn die Stimme beansprucht ist, wie es öfter auch der Fall ist, als Lehrperson oder auch in anderen Berufen, gibt es ja sicher irgendwelche Übungen, die man zum Ausgleich machen kann. Könnten Sie uns da vielleicht ein oder zwei Übungen schlafen sagen? Schlafen. Trinken. Überhaupt, ich finde, Trinken ist jetzt für mein Stimmer gar nicht was ganz Wunderbares. Ja, doch. Es gibt einige Stimmeübungen, die schon helfen. Also ich finde, schlafen sage ich deswegen, weil ich einfach wirklich einen funktionierenden Körper brauche. Sonst, wenn der Körper so müde ist, bin ich eher stimmlich schon mal belastet, weil ich daraus dann eher die Kraft nehmen will und nicht da, aus der Basis. Sprich, ich würde dann eher so, also man muss da von Fall zu Fall schauen, woran es liegt natürlich, aber ich würde dann eher mal so ganz elementare, feine Übungen wie, so Zwerchfellaktivierungsübungen vorschlagen, wie Ft, 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 Scht, Scht, Scht. So, dass der reflektorische Einatmen wieder aktiviert wird und sozusagen von unten die Kraft mobilisiert wird, dass eben, wie gesagt, nicht hier die Überanspruchung stattfindet. Und gibt es vielleicht irgendwelche Übungen, die Sie wie eine Art Ritual jeden Tag machen vor dem Unterrichten oder auch vor einem Auftritt? Tatsächlich, ja. Ich glaube, ich bin noch nie in eine Lehrveranstaltung gegangen, dass ich das nicht gemacht habe. Erstens ist es so, ich mache wahnsinnig gern in der Dusche, da habe ich so einen Duschkopf, das ist aber wirklich so ein Ritual, nehme ich das so und klopfe quasi wie meine hintere Rückenmuskulatur so ab. Und dazu mache ich dann eben gerne so, oi, 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 oi Natürlich, der absolute Klassiker, den mache ich immer. Motor anstarten oder solche einfachen, also gerne mit einem Konsonanten davor, etwas Resonierendes, das sozusagen mir vorhilft, in die Maske, wie die Sängerinnen und Sänger sagen. Ich glaube, das sind so die Haupt-, die wichtigsten. Okay. Jetzt haben wir schon über sehr viel gesprochen und zwar über die Vorbereitung vor Ihren Auftritten, dann die Wichtigkeit der Stimme, Mimik und Gestik und jetzt gerade über den Ausgleich. Und jetzt komme ich noch zu einer Übung oder zu einer Frage, zu einer Übung und zwar Stimmübungen mit Erwachsenen und Kindern. Da gibt es sicher Unterschiede, oder? Ja. Also bei Kindern gilt es mal prinzipiell zuerst die Physiologie natürlich zu beachten. Die haben ja noch einen viel kleineren Kehlkopf. Natürlich auch die Lage, in der sie sich wohlfühlen, wo es Sinn macht, mit ihnen zu üben und zu singen. Also man spricht bei den Grundschulkindern in erster Linie C1 ist der untere Bereich und darüber sich schön ausdehnen. Gerne natürlich diesen hellen, glockigen Klang zu suchen, den die Kinder ja ganz natürlich mitbringen und eine leichte bewegliche Stimmführung immer zu, eher daran zu arbeiten mit den Kindern. Und weniger jetzt, dass sie also druckvoll oder laut singen sollen, weil wenn das geübt wird, das Instrument sozusagen, im besten Fall natürlich täglich, dann entwickelt sich das automatisch bis zum Erwachsenwerden. Dann muss ich, also das ist glaube ich die größte Falle in der Kinderstimmbildung, diese Bruststimmfalle. Andreas Mohr spricht auch davon, dass man eben von Kindern dann abverlangt, dass sie so laut dahin singen, Entschuldigung jetzt die Tontechnik, aber dahin singen sollen und sich dann eher diesen kopfigen Klang und überhaupt den Übergang eben zu ihrem Kopfregister damit eher verbauen, sage ich mal. Das ist fast schade. Wichtig zu erwähnen ist auch noch, meine Kinder lieben, das heißt, wenn man Klangsilben nimmt oder überhaupt Wörter oder Themen, mit denen sie natürlich viel anfangen können, sei es jetzt, also die Klassiker sind natürlich sowas wie Tierstimmenimitation, also mu 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 oder miau 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 miau, wuff wuff wuff. Solche Geschichten, da kann man viel machen. Dazwischen vielleicht auch mal höher, nur mal höher und Konzentrationsübungen einzubauen, viel auch mit Bewegung zu arbeiten, weil sie ja noch sehr bewegungslustig und Drang haben, das unbedingt mitzunehmen. Also ich würde mit Kindern keine abstrakten Begriffe jetzt verwenden, wie den Sitz da vorne, da vorne ansetzen, ganz nasal oder so, das würde ich nicht machen, sondern eher in Bildern. Sie brauchen Vorstellungshilfen, aber das brauchen die Erwachsenen auch, also von dem her, die Kinder… Das ist doch ein bisschen übergriffig. Ja, das mit den Bildern und Vorstellungshilfen gilt auch für die Erwachsenen, ja. Was haben wir gerade, die Geräusche von den Tieren gemacht, das bedeutet, man könnte die Stimmübungen vielleicht auch fächerübergreifend anwenden. Nein, natürlich, ja natürlich. Wissen Sie, vielleicht ein, zwei Übungen, die Sie mit Kindern im Unterricht, besonders eben im Primarschulbereich, tagtäglich machen können, vielleicht nicht nur im musikalischen Unterricht, sondern auch im Deutschunterricht? Also was ich so schön, also ich finde es wirklich so schön, wenn ich jetzt in Volksschulen gehe, wenn ich ja bei ihren Praxis Lehrveranstaltungen begleiten darf, dann dieses Ritual, dass Volksschullehrende zu Beginn des Tages singen. Und wenn das nur ein Lied ist, wenn es nicht einmal ein Lied ist, dann nur eine Begrüßung, sowas wie, Guten Morgen, 1A, wenn die 1A hat und die 1A singt dann, Guten Morgen, Frau Kolettnik oder so zum Beispiel. Allein solche kleinen musikalischen Momente drinnen zu haben, wo das auch so schön zusammenkommt, die Musik einfach Platz hat im Leben, das finde ich ganz viel wert. Das würde ich gern der nächsten Generation so weitergeben, ja. Okay, also wir zukünftigen Lehrer sollten uns da vielleicht ein Beispiel nehmen an Ihnen. Würden Sie uns vielleicht noch ein oder zwei Übungen vorzeigen, die Sie mit Kindern gerne im Unterricht machen? Ja. Ich würde auch gern mitmachen. Ah, wie schön. Also ich mache ja gern auch Stimmbildung am Lied, das gilt es vielleicht noch zu sagen. Okay. Gehen wir von einem Lied aus, zu dem wir hinarbeiten wollen würden. Ja, gerne. Schlagen Sie ein Lied vor, das Sie gerne... Komm, lieber Mai zum Beispiel. Oder alle meine Entchen. Alle meine, okay. Ah ja, da haben wir schön die Durtonleiter drinnen. Wie machen denn die Entchen, würde ich fragen. Also wir sind jetzt eher im Kleinen, gell? Okay, ja. Erste, zweite Grundstufe, alle meine Entchen, oder? Dann würden die Kinder wahrscheinlich sagen... Quark, quark. Quark, quark, genau. Jetzt probieren wir mal aus. Die Entchen gehen heute ein bisschen spazieren und wackeln sie so ein bisschen mit dem Popo. Das bringt sie schön runter, ja. Und sie machen... Quark, 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 quark. Quark, 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 quark. Genau, dann machen sie... Quark, 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 quark. Quark, 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 quark. Wunderbar. Und da kann man sich so ein bisschen raufarbeiten. Was kommt denn da noch vor? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Da würde ich glatt auch mit der Schwimmbewegung arbeiten. So in der Ganzkörper... Jetzt kommen wir wirklich in ein ganzkörperliches, gell? Genau, da ein bisschen schwimmen. Das ist aber wirklich ganz gut, wenn sie sozusagen körperlich, wie gesagt, sich auch ganz als Instrument fühlen. Was könnte man da einbauen? Das ist jetzt ganz ad hoc. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Genau, das sind unsere Bläschen. Oder, naja, da bieten sich fast Atemübungen an, gell? Die man lange ausatmen unterm Wasser mit einem F zum Beispiel. Also ausatmen, einatmen, kommen lassen. Und dann auf F ausatmen. Zum Schluss genau am besten einen Abspannlaut, also einen Konsonanten zu nehmen. Und dann ist der reflektorische Atem wieder sozusagen automatisch reinströmend. Okay, und vielen Dank für diese wunderbaren Übungen, die wir hoffentlich alle bald umsetzen im Unterricht. Und damit schließen wir die heutige Sendung. Vielen Dank nochmal, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.